Wir haben gerade neue schockierende Zahlen bekommen. Das US-Fährenparadies Hawaii wird ja von einem Flammeninferno heimgesucht. Jetzt gibt es ganz neue offizielle Zahlen, nach denen mindestens 36 Menschen dabei bislang ums Leben gekommen sind. Deren Zahl kann auch noch steigen. Bis vorhin war ja nur von sechs Todesopfern die Rede. Außerdem erlitten etliche Menschen schwere Brandverletzungen. Tausende Urlauber sitzen fest. Hier sehen wir die Inselgruppe von den acht Hauptinseln. In Laena ist Maui am schlimmsten betroffen. Das Zentrum der beliebten Kleinstadt Laena steht in Flammen. Am Flughafen strandeten rund 2000 Touristen. Teile der gewöhnlich üppig grünen Insel sind komplett schwarz verkohlt. Und der malerische Küstenort Laena wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. US-Präsident Joe Biden rief nun den Notstand aus. Und das hilft, dass die Nationalgarde und die Marine die örtlichen Einsatzkräfte ab sofort im Kampf gegen die Flammen unterstützen können.